Was? Ihr seid unter Beschuss? Das hab ich ja noch gar nicht bemerkt. Seid doch mal auf meiner Seite. Komm. Hallo auf meiner Seite. Denn ich bin cool. Because I'm Batman. Aber Chicken, Batman redet nicht so von sich. Er hat eine Twin Rattler abgeschossen. Wo kommst du denn da rauf? Das war wunderschön reingesegelt. Und ich wollte schon sagen, ich schaff das jetzt ohne getroffen zu werden. Aber nein. Das war's schon. Das ging schneller als gedacht. Das war schneller als gedacht. Woher weg? Nein, ist sie nicht. Nur wenn man aufgibt, hat man bereits verloren. Wenn man hinfällt und hier wieder aufsteht, dann kann man das Blatt irgendwie immer noch wenden oder so. Keine Ahnung, wie das richtige Zitat war. Also überhaupt nicht zu zart, keine Ahnung. Guck mal, dich lege ich auch erstmal beiseite. Ja, alles beiseite legen. Wo hocken wir eigentlich gerade rum? Das ist nicht die Karte. Das ist definitiv nicht die Karte, Chicken. Mercy Bridge. Als ob die immer noch nicht gemerkt haben, dass Bats hier eigentlich ist. Echt? Wo seid ihr denn? Doch über mir. Ist da gerade ein Milizwagen vorbeigefahren? Hast du diese Knarrer schon gesehen? Wir haben es besser als bezahlt. Ich hab das Upgrade, ne? Ich hab das Upgrade. Ja. Ja. Ja, das sind Seismischer-Aktivitator. Die stehen da eigentlich gerade perfekt um. Falsche Taste Chicken. Ah, das ist so wunderschön. Ja, die beiden Drohnen wollten auf mich zielen, schießen, besser gesagt, aber dadurch, dass ich sie manipuliert habe, sind sie in die Luft geflogen dadurch. Wunderschön. Ja, sehr wunderschön. Ich mag dieses Upgrade. Dann komm doch, Mr. AK. Dann komm doch. Ja, komm doch einfach. Soll ich dir diese Frage wirklich beantworten? Soll ich das wirklich? Steht was mit Mercy Bridge? Oh. Falsche Reihenfolge, Chicken. Verdammt. Chicken, wir haben doch jetzt mal Osten mit Westen zu unterscheiden. Egal. Hör wohl Westen-Saunomot. DC. Hm. Hm. I see what you did there. Sieht ihr das nur an? Bomben auf der Straße, Soldaten auf den Gebäuden. Wo kommt diese Links eigentlich her? Das würde ich auch gerne mal wissen. Er ist an uns dran. Ich kann ihm nicht entkommen. Komm schon. Ich schüttel ihn ab. Da sind sie. Das war das ja. 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 Wer sagt das? Moment mal. Das Dorn ist doch eigentlich ein Wachturm. Ich würde ihm ein ganzes Magazin in die Visage feuern. Wer hat diese Gebäude eigentlich ausgewählt? Für den guten Ausblick sind wir ziemlich weit unten. Der Commander hat sie ausgesucht. Ja, das ist der Checkpoint. Niemals. Niemals. Der Taktiker denkt, dass hier die Warten hin sollen. Dann wird das schon passen. Naja, wird schon passen, ne? Wer, was, wo? Ich glaube, er hat sicher ein paar Dienste für Ankelsen geleistet, ein, zwei Diktatoren beseitigt und wurde dann früher rausgelassen. Ich habe nicht aufgepasst, von wem... Sprechen die? Sie sollten nicht begeistert sein. So läuft das nun mal, wenn man mit den bösen Jungs arbeitet. Sollt uns das nicht eine Lehre sein? Ich habe nicht aufgepasst, von dem... von wem sie gesprochen haben. Ach, wirklich? Ja, hast du keine Geschichten gehört? Das war mal zu viel geschlagen. Ihhh, du bist so ein Typ. Please go away. Boah, mach mich doch fertig. Ne, lieber nicht. Ich möchte nicht von dir fertig gemacht werden. Ist das in Ordnung? Sagte sie und vergeigt das Kontern. Ja, passiert mir auch alle Tage. Checkpoint. Ich habe gesagt Checkpoint. So. Ach, Chicken. Ja. Alles vergeigt. Ich will, dass wir ihn bekämpfen, ganz egal, wo er sich aufhält. Ganz egal, wo. Wie wär's mit dem Justice League Hauptquartier? Ich hab Gotham damals zusammen. Wie willst du denn da hinkommen, hä? Ich hab Gotham damals zusammen. Wirkt so. Wirkt wie anders heute. Ja, damals vor... Zwölf Jahren. Wenn man Glauben schenken darf, dass zwischen Origins und Arkham City zehn Jahre liegen sollen und zwischen... Ne, nicht City. Asylum. Und zwischen Asylum und Night liegen ja zwei... Ich weine gar nicht. Ich weine gar nicht. Nein. Kann jemand mal die Stromzufuhr der Lautsprecher kappen? Hä, die wird langsam echt... ...widerwärtig. Was ist Team Sieben? Ach da, ja. Aber Chicken! Wieso ist der Team Sieben nicht eingegriffen? Das ist erst der Anfang. Wenn wir in Gotham Erfolg haben, könnten wir das ganze Land einnehmen. Ja, aber das ist falsche Serie. Alles falsch. Definitiv alles falsch. Die Pflanze ist keine unmittelbare Bedrohung. Denn Night sagt, wir müssen Batman verfolgen. Das hat Priorität. Hoch da, Betsy. Betsy hat keinen Bock. Die haben da eigentlich sowieso keinen Schuss. War von... Ja, ihm nach. Wer hier bewirft mich jetzt mit Steinen? Das würde ich uncool finden, ne? Ich mein' ja nur. So, noch jemand. Ach so, Rumpal-Sender. Für Verfolgungsjagd. Was war das mit Muni? Mission? Päckchen sabotieren. Ach so, vom Sanitäter. Aber ich hab' doch dahin gezielt. Auf diesen Kasten da. GTF. Machst du mal hier ausschalten. Hab' ich immer noch nicht auf das Höchste gemacht. Verdammt. Ja, der macht dich eigentlich selbst K.O. Gute Nacht, ne? Bevor ich jetzt wieder vergesse irgendwie so, oder... 13 Punkte. Ja, checken. Vielleicht liegt das ja daran. War das... Ach so, ha... Ich hab' echt schon die höchste Stufe. Was hab' ich das denn gemacht? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, checken. Was denn? Tate. Minno! Da haben wir die Dinger. Hatt' sich eh alles nie... Ja, 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 ja. Was ist Explosionsvieh? Ja. Was mir in Arkham City gerne mal einige Sachen vermasselt hat. Im Herausforderungsmodus. Eigentlich kann ich ja jetzt schon mal für künftige Rittler-Rätsel hier super Schleudersitz machen. Ja. Dank einem verbesserten Auswurfsystem wird die Reichweite des Schleudersitzes erhöht. Halt die Taste für den Schleudersitz gedrückt, um aufzuladen. Lass dann los und drück erneut, um zu starten. Wie kompliziert ist das denn? Dank optimierten Auswurf kannst du im Nachthimmel die ungeahnte Höhe aufsteigen. Halt die Taste für den Schleudersitz gedrückt, um aufzuladen. Ja, lass dann los und bla 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 und erneut. Und bla 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 bla! Bla 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 bla! Genau, ich kriege das restliche Projekt weiter so. Nein, Chicken. Nein. Einfach nur Nein. Oh, der Konnery. Na gut, ich hab die... Zermürbt ihn. Nein. Nicht Zermürben. Falsches Auto, Chicken. Der Riddler bringt heute Nacht Batman und Catwoman um. Kalea, die Mädchen, die in der 2. Ja, ist er gut. Ich hab's verstanden. Rappi ist der Beste. Ja, unberührbar. Er ist unberührbar. Er ist ja auch ein göttlicher. Ja, versteht sowieso keiner. Wieso göttlich. So heißt er halt seine... Ja. Dings. Wie nennt man's? Seine klasse... Ne? Ein Titanquist. Was? Ihr spielt zusammen Titanquist! Grand Avenue. Gotham Globe. Das war da unten, ne? Oder was ist das, das? Ich weiß es doch nicht. Ich würd schon sagen, es wird da aufgeführt. Das Phantom der Opa? ... legt fest dazu. Den Joker getötet zu haben, hat ihn verändert. Ich hab Joker immer noch nicht getötet. Das war sogar das Wettrennen, ne? Ey, 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 was wollt ihr, Jungs? Ich bin jetzt aufging, ey, weiet.